Meine Damen und Herren, wie gesagt, Statement der Landesvorsitzende, Bundesminister, Präsidiumsmitglied, Philipp Röster hat das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Oehmer. Meine sehr verehrten Damen und Herren, erstmal vielen Dank für Ihr Interesse. Sie wissen, wir haben eine gemeinsame Sitzung der Bundestagsfraktion des Bundesvorstandes mit den Landesvorsitzenden gehabt. Zuallererst haben wir Guido Westerwelle für seine hervorragende zehnjährige Arbeit als Bundesvorsitzenden gedankt. Und gleichzeitig haben wir Ihnen alle gemeinsam mit sehr langanhaltendem Applaus aufgefordert, unser Außenminister zu bleiben. Damit ist auch die Diskussion, die von manchen angestoßen wurde, aus meiner Sicht endgültig beendet. Es ging um die Entscheidung von Guido Westerwelle am letzten Sonntag, nicht mehr am kommenden Bundesparteitag für den Bundesvorsitz zu kandidieren. Wie Sie wissen, bin ich so circa seit 19 Jahren Mitglied der Freien Demokratischen Partei. Seitdem engagiere ich mich sehr für die liberale Sache, mit viel Freude, aber auch mit viel Leidenschaft. Und ich habe mich deshalb entschieden, in der für die FDP nicht leichten Zeit noch mehr Verantwortung in dieser und für diese Partei wahrnehmen zu wollen. Und ich habe mich deswegen entschieden, auf dem kommenden Bundesparteitag für das Amt des Bundesvorsitzenden der Freien Demokratischen Partei zu kandidieren. Ich freue mich sehr über die große Unterstützung seitens der Gremien und hoffe sehr, dass wir einen sehr erfolgreichen Bundesparteitag dann alle gemeinsam erleben werden. Der Bundesvorsitzende ist immer auch Vizekanzler. Der Vizekanzler bestimmt den Kurs der liberalen Minister im Bundeskabinett, in der Bundesregierung. Und ich werde dieses Amt für den Fall meiner Wahl ausführen und gleichzeitig unter der Wahrnehmung meiner Aufgaben als Bundesminister für Gesundheit. Sie wissen, ich habe dort einiges erreicht, Reformen umgesetzt, weitere Reformen auf den Weg gebracht. Ich führe dieses Amt seit mehr als einem Jahr aus. Das macht mir sehr viel Freude und ich glaube, das macht es mir dann auch leichter in der zusätzlichen Verantwortung als Vizekanzler. Ich will ausdrücklich nochmals darauf hinweisen, dass die Erklärung meiner Kandidatur nur der erste Schritt sein kann zu einer inhaltlichen und personellen Erneuerung der Freien Demokratischen Partei. Weitere Schritte müssen und weitere Schritte werden auch folgen. In den nächsten Tagen und Wochen werde ich gemeinsam mit der gesamten Partei intensiv daran arbeiten, das beste Team für das Präsidium unserer Bundespartei zusammenzustellen und ich werde dann dem Bundesparteitag ein personelles, aber auch ein inhaltliches Angebot machen. Eines will ich hier heute schon einmal festhalten. Für den Fall meiner Wahl als neuer Bundesvorsitzender würde ich dem Bundesparteitag Christian Lindner als meinen Generalsekretär zur Wahl vorschlagen. Die Entscheidung zur Kandidatur als Bundesvorsitzender der FDP ist mir zugegebenermaßen nicht leicht gefallen, aber am Ende meiner Überlegungen stand die Entscheidung nunmehr mit aller Kraft, mit allem, was ich habe, mit aller meiner Leidenschaft, für diese neue Aufgabe zur Verfügung zu stehen. Denn es geht darum, wieder für die FDP Glaubwürdigkeit zu gewinnen. Und Glaubwürdigkeit zu gewinnen, das braucht Zeit. Das geht nicht von heute auf morgen, aber es wird gehen. Davon bin ich fest überzeugt, wenn wir geschlossen sind und an einem starken Team zusammenarbeiten. Und starkes Team heißt, dass wir eine gute Mischung brauchen, aus jungen Politikern, aber auch aus erfahrenen. Und gemeinsam in dieser Mischung wird es dann auch gelingen, wieder für Glaubwürdigkeit und für die FDP zu kämpfen. Glaubwürdigkeit in der inhaltlichen Frage heißt nicht, dass wir unser Programm völlig neu erfinden müssen, sondern Glaubwürdigkeit heißt, dass wir uns auf unseren liberalen Kompass besinnen, der steht ausgerichtet immer auf ökonomische Kompetenz, in dem Eintreten als Partei für die soziale Marktwirtschaft, für Bürgerrechte, für Bildung und für gesellschaftliche Liberalität. Und auf Basis dieser Werte gilt es nun künftig, neue Antworten zu finden auf die Alltagsfragen der Menschen. Und die Aufgabe einer politischen Partei in einem politischen System ist sehr verantwortungsvoll. Es geht dort eben um die Rolle von Parteien in der Demokratie. Das gilt dann auch für Vorsitzende von Parteien, insbesondere wenn sie in Regierungsverantwortung sind. Das ist eine hohe Verantwortung, nicht nur für die eigene Partei, sondern auch für die Regierung und für das Land und für die Menschen in unserem Land. Und seien Sie versichert, ich bin mir der großen Verantwortung bewusst. Vielen Dank, dass Sie hier sind. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.